hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde hier zu einem weiteren teil transport fever season 6 auf meinem kanal ja so wir versuchen jetzt mal ein bisschen geld zu verdienen wir müssen jetzt natürlich noch die ganzen buslinien bauen aber das hier ist natürlich jetzt schon wieder 161 leute warten nach london und er ist gerade erst losgefahren da müssen wir unbedingt was ändern das geht so auf jeden fall nicht weiter so hier warten ausschließlich und das wird wahrscheinlich immer weiter steigen bisher sind wir tendenziell immer gestiegen ist nie mehr geworden hier warten noch keine ist klar weil die ganzen linien noch nicht richtig angebunden sind aber das können wir jetzt mal machen da fangen wir jetzt mit an es wurde sich gewünscht von irgendjemanden ich sollte eine straßenbahn machen glaube ich mal muss ich noch meine kommentare nachschauen wir werden auf jeden fall in unserer großen stadt in der straßenbahn machen hier bietet sich das ja gerade an dass wir hier schön mit bussen arbeiten das bin den immer zack und zu groß kommen zu groß und dahin so ich muss niesen oder ich niesen muss ich niesen ach nein muss nicht niesen du konntest nur verkneifen so äh 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 abweitet sich da aber ganz schön aus du so was haben wir hier für eine stadt hungers fort dann heißt die linie einmal äh bus nee falsch rum und wir werden gleich bevor wir die nächste stadt machen ähm möchte ich dann auch noch mal gerade gucken ob wir nicht die ähm buslinie in ähm was war das cambridge ich glaube cambridge ne cambridge war die buslinie wo äh so viel die nicht so gut funktioniert hatte dass wir die noch erweitern dann nehmen wir den 1,2,1,3 äh hungers fort da so haben wir die schon mal angedockt ähm was war denn das hier cambridge ne oh ja definitiv cambridge wenn wir hier die buslinie jetzt sehen die passt halt überhaupt nicht cambridge muss komplett überarbeitet werden ähm das ist ja auch schick ne das ist schon schön ähm wie machen wir das denn am dürbsten das müssen wir machen und ich wollte eigentlich auch noch eine zweite fluglinie haben ich weiß nicht was die flugzeuge kosten ich wollte ein bisschen mehr flugverkehr haben ähm was kostet denn hier so eine bellermaschine 2 millionen aber die kann nur f das ist die die äh 2 millionen kostet die british airways die würde ich ja gerne nehmen aber 14 millionen 11 millionen ist ein bisschen äh zu teuer bei anderen leute und wenn sind die eigentlich noch ganz gut die sind gut ausgelastet aber nachher nach newcastle fliegen ist natürlich dann auch mal so eine sache so wir werden jetzt einmal in cambridge die busdinger hier einmal anmachen werde ich mir mal die buslinie einmal suchen cambridge bus wir werden erstmal alle in den tunnel getreten eh jo und die busse fahren mal ins depot und verkaufen so ich möchte jetzt hier auch einfach alle mal abreißen äh dann werde ich gleich einfach nochmal neu bauen so dass es dann wahrscheinlich wenn wir mit zwei buslinien arbeiten ähm weil wir hier ja schon weiter sind hier wenn wir die straße jetzt mal gerade vorenden aber nicht die was ist das denn eigentlich ok kopfsteinpflaster kraftfahrzeuge nein cool habe ich so auch noch gar nicht gesehen wieder was dazu gelernt so die geht dann hier mit drauf ähm hier hinten werden wir das einmal gerade schließen hier werden wir schließen so werden wir jetzt hier mal zwei 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 buslinien reinzimmern die erste depot haben wir ja irgendwo sind die alle zack so die eine buslinie ok ich nehme den 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 das ist die frage wollen wir gleich noch hier noch weiter fahren ja komm machen wir den hier oben hin den da hin den 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 da hin und dann da hin so die nehmen wir uns mal gerade an das ist ein cambridge bus da lang da lang da 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 so 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 das ist cambridge bus und jetzt machen wir noch mal eine weitere linie cambridge rittke bus 2 meinetwegen dann dass man hier und grün ist ja oder was auch immer ist egal so die fährt dann hier lang hier lang hier lang hier oben lang ja ja so die sachen ne fährt die so kann die noch weg so die fährt dann hier 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 da 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 und da so das jetzt so gut ist keine ahnung aber so lassen wir es erstmal so nun mal gerade einmal nochmal unser da ist er so dann würde ich sagen da können ruhig etwas größere Busse drauf fahren 28 14 äh da kann 35 21 2 gehen auf cambridge bus 2 und 1 2 3 gehen auf cambridge bus 1 so haben wir die das auch schon mal bearbeitet das war ja schon so ein schandfleck was jetzt hier uns über eine längere zeit etwas geärgert hat so wie viel geld haben wir 10 millionen mittlerweile sieht das sonst eigentlich aus mit den bussen fast beschäftigen wir viel zu viel mit diesen bussen äh die linie fährt denn hier da kann man mal einen draufsetzen fanden aber ziemlich kleine busse hier was haben wir denn hier für eine linie überhaupt nur sichtbar bus okay äh 12 leute der kann 14 leute wenn wir diese buslinie einmal gerade upgraden upgraden wir ab auf 17 leute zack so haben wir da mal ein paar größere Busse drauf das ist alles in ordnung das ist auch in ordnung hier ist es, das ist überhaupt nicht in ordnung blaue die braucht die braucht auf jeden Fall größere Büsse Büsse sehr unterschiedlich was hier drauf rumfährt die werden jetzt alle mal ersetzt gegen 27 den haben wir noch gar nicht machen wir mal so ein bus mit Anhänger hier so gucken wir uns den mal an wie der jetzt hier gleich steht der ist auf jeden Fall zu klein der ist jetzt voll und hier allein warten nur sieben Leute nur also wie es aussieht okay ja schon ganz schön lang jetzt ei 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 das ist natürlich auch ein sehr enger Wendekreis hier na gut so das jahr ist fast rum und wir haben auf jeden Fall unseren unseren Aufkommen wieder etwas gesteigert hier wartet noch keiner noch keine Leute dabei hier juckt schon mal irgendwas passiert na hier warten jetzt über die ersten Leute jetzt haben wir jetzt hier die nächste Stadt Bristol Bristol ähm Bristol bekommt hier auch wieder einen warum machen wir jetzt in Bristol erstmal gerade so zack 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 ja das ist natürlich immer so eine Sache jetzt ne das ist immer so eine Sache Bristol 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 ähm Bristol 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 heißt das ne Bus richtig Bristol ja so zack 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 oder nein der letzte kommt wieder weg so perfekt klatschen wir das hier aber echt schnell gerade alles hin ähm oder gleich den 17er drei Stück zack so so haben wir die auch mit Bussen und hier hinten machen wir jetzt eine Straßenbahn hin auf definitiv weil Milford Haven und und Fishguard da können wir jetzt hier einen schönen großen schönen großen Straßenbahn hinsetzen das halte sich stramm das ist perfekt könnte ich natürlich auch hier so hinsetzen das war jetzt doof das war das war nicht das was ich wollte das war jetzt nicht das was ich wollte nee also hier nochmal möchte hier hoch nochmal hinsetzen ja so 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 wollte ich das so nehmen wir die Straße Trammgleise elektrisch ja weil hier kommen wir einfach drum rum Taxi jetzt irgendwie hier so drauf und hier so drauf egal ob er seine Haus da abreißen muss oder nicht den Leute natürlich dann immer diesen ganzen Weg da wieder laufen ne wenn wir hier jetzt ja keine Verbindung reinbekommen ne aber das ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal sollen sie da halt hinlaufen so dann graden wir das jetzt mal ab hier die Straßen great so geht's natürlich hier lang hier lang hier lang aha aha hier lang hier lang das muss man dann mit Bus machen das ist dann halt jetzt so die Hauptroute die wir da machen können Wilford Haven ist natürlich komplett doof eigentlich da können wir ja nur hier so einmal längs durchfahren und hier am Ende kann man so ne Bindeschleife hinsetzen na kannst du so machen dann fährt er wieder zurück aha gut wo ist halt so ne autosave wie viele Minuten haben wir schon 14 Minuten gucken wir mal dass heute auch der Ton wieder ein bisschen besser ist so fangen wir hier lang hier lang da lang da lang da wieder da fangen wir hier lang die Busartestelle deckt ja schon echt viel oder die Tramstelle deckt ja nun echt schon viel ab also fangen wir gleich wieder zurück so nach der Rest müssen wir dann mit Bussen dann mal machen jetzt haben wir dann einmal also machen wir erstmal mit Wilford Haven dann meinetwegen Milf äh Ort Ort Haven Tram zack 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 und den gleichen spastigen Weg wieder zurück so haben wir jetzt kommt dann Fischgard Fisch U Art komm da fahren wir da lang nochmal gucken da lang da lang da lang da 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 nicht aber hier so haben wir das auch müssen wir am besten setzen wir das jetzt einfach hier hin weil hier haben wir jetzt eh Platz ähm Tram Oberleitung ja hier passt das doch gut hin so die beiden auf die will fortsetzen die beiden auf die Fischgard genau machen wir das so hier haben wir jetzt ja hier wo nur eine Haltestelle als Tram das macht ja auch nix und soll jetzt kurz warten oh jetzt zog es hier eine Person an Bord wow so jetzt haben wir schon einiges angedeckt was ist jetzt hier los hier wird helfen Tram wo ist denn das Problem ja alles klar ich glaube gar kein Problem ne wie hat er seine eigene Probleme entwickelt so viele Trams fahren jetzt wenn nicht und daher sollte das erstmal gehen dann haben wir natürlich noch Swansea Swansea ist natürlich ziemlich ziemlich bescheiden gerade so für Bus und Bahn ähm machen wir denn den Swansea meine Freunde also machen wir mit dem Swansea Swansea zack tja Swansea ist echt doof das ist richtig doof kann er hier hochfahren der Bus kann er da einmal wieder runter das ist halt alles ich möchte jetzt halt auch nicht zu viel in die Städte eingreifen das äh möchte ich jetzt nicht die Sonne halt dann schon noch selber weiter bauen das müssen wir dann halt später einfach optimieren das ist Wahnsinn ähm wann sie muss es ist halt einfach nur erstmal so dass die Leutchen dann noch alle den Zug kriegen so die Leute wohnen ja eigentlich 60 nicht mehr lange würde ich sagen das hier gleich ruckzuck das wird nicht lange dauern bis das hier gleich groß wird so wir haben jetzt mal hier da ist noch nicht viel passiert und jetzt haben wir schnell laufen lassen Bristol auch noch nicht viel passiert das müssen wir nur noch in Cardiff äh eine Buslinie bauen also sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen sind wir schon zwei Leute dabei wahrscheinlich machen wir noch gar nicht so wenig so viel Verlust mit der Linie überhaupt an sich gerade geht noch aber das wird halt jetzt dann auch schnell steigen man sieht in Cardiff hier das schon mal alles wächst gerade ist erfordert wir haben hier zwei Anschlüsse das heißt wir werden jetzt hier auch wieder eine eine Buschalterstelle hinsetzen soll ich mal eine andere was schöneres ne ne so ist hier noch machen wir den hier auch mal hin nochmal um was um was anderes zu nehmen und dann bieten wir der Stadt auch gleich an dass ich hier weiter bauen kann so aber der Stadt auch schon mal einen Gefallen getan so dann fangen wir los zack so meine Idee ist jetzt hier lang zu fahren hier drunter einmal her eigentlich muss ich jetzt hier auch so ein Ding hinsetzen weil das sieht sonst einfach nicht wirklich schön aus jetzt war nämlich hier noch so eine Wendeplatte hin so dann fahren wir den gleichen Weg wieder zurück dann ist es dann auf dem Rückweg dann nochmal hier hinten lang so wird es glaube ich ganz schön steil hier aber so geht es naja gut das können ist ja gut dann fahren wir hier hinten lang gut machen wir jetzt mal Cardiff Cardiff muss so ich kann auf jeden Fall jetzt schon mal sagen meine Freunde in der nächsten Folge wird sich nicht alles um Busse drehen da werden wir definitiv was anderes machen ich möchte ganz gerne halt die Fluglinien noch weiter machen bei Zuglinien haben wir jetzt erstmal wieder wissen was gemacht da können wir jetzt mal gucken wie wir die Flugzeuge da noch weiter ins Leben rufen können nicht so ruckelig so Cardiff kann auf jeden Fall direkt schon größere Busse bekommen drei Stück davon Cardiff da und los mit euch so und dann wird das jetzt hier gleich auch alles lustig, munter, fröhlich vor sich hin funktionieren Zug zum Flug London Diagramme ja auch schon nicht so viele Leute schon umgeschlagen krass und hier müssen wir das jetzt in den letzten jahr auch wieder ganz knapp gesteigen 8000 krass 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 ähm ich will natürlich jetzt hier alles immer schön lustig vor sich hin wachsen wird jetzt mitgenommen 5 perfekt gut meine Freunde dann würde ich sagen mein Gott sind hier viele ähm wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bis dahin haut rein ciao bis dahin 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 bis dahin